Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Too Many Bones, Plies and Dice im Nobulus Apprenticeship Brokem. Letztes Mal haben wir uns im Labor von Nobulus rumgetrieben, um einen mächtigen Tyrannen zu erschaffen. Unser Nobulus war sehr angetan von unserer Arbeit, denn es ist uns gelungen, in seinen Augen eine recht passable Kreatur zu erstellen. Doch er hat etwas Zweifel daran, ob dieser Tyrannen, den wir erschaffen haben, auch tatsächlich den mächtigen Gearloks gewachsen ist. Und deswegen wird er ihn jetzt testen. Und da hat er einen eigenen Tyrannen entwickelt, direkt für diese Testphase. Und die werden wir heute kennenlernen. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Tyrannenbastler. Wir haben es das letzte Mal geschafft, einen mächtigen Tyrannen zu entwickeln. Das heißt, wir haben 5 Fortschrittspunkte auf unseren Körper applizieren können, um unseren Tyrannen zu stärken. Ob uns das recht gut gelungen ist, das wissen wir noch nicht. Das wird nämlich jetzt Nobulus testen. Doch der Herr des Labores ist natürlich da nicht zimperlich. Er hat sich nicht nur einen Tyrannen für diese Zwecke entworfen. Er schickt gleich 4 Beddies noch dazu in das Rennen. Und unser Tyrannen muss sich jetzt allen 5 Gegnern stellen. Wenn wir es am Ende schaffen, dass wir alles besiegen und unser Tyrann am Ende noch steht, dann haben wir den mächtigsten Tyrannen entwickelt, den die Welt jeweils gesehen hat. Na gut, das könntet ihr gegebenenfalls dann auch testen. Denn jeder Tyrann, der hier entwickelt wird, den könnt ihr natürlich dann selber in euer Too Many Bones integrieren und gegen ihn antreten. Je nachdem, wie ihr wollt. Da gibt es aber ein paar kleine Differenzierungen, komme ich natürlich dann gleich während des Setups drauf zu sprechen. Doch schaffen wir es nicht, die gegnerischen Schergen, das heißt die Beddies und den Proto-Tyrannen zu besiegen von Nobulus, dann wird Nobulus uns auslachen und zur ewigen Arbeit im Labor verdammen. Was wir ja eigentlich sowieso schon sind. Aber sei jetzt mal dahingestellt, solltet ihr diesen Kampf nicht gewinnen, dann habt ihr verloren. Aber nichtdestotrotz könntet ihr euren Tyrann ja dennoch für eure Zwecke, für euer Too Many Bones Spiel einsetzen. Dennoch sollte euch bewusst sein, dass wenn ihr nicht mal den Kampf gegen den Proto-Tyrannen erfolgreich bestritten habt, dann wird euer Tyrann wahrscheinlich irgendwo erhebliche Schwächen haben. Und das würden die Gearlocks schamlos aussetzen. Deswegen, es wird dann wahrscheinlich nicht so der übermächtigste Gegner sein. Und apropos Schwächen, auch bei dem Tyrann, den wir jetzt in den letzten Ausgaben erschaffen haben, habe ich schon die ein oder andere Schwäche erkannt. Aber das werden wir dann während des Spiels auf alle Fälle dann noch erleben. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mit unserem Testkampf gegen diesen Proto-Tyrannen. Was wir dafür benötigen, ist natürlich unseren Tyrannen-Chip, der dann auf dem Schlachtfeld agiert. Den könnt ihr euch umdrehen. Und dann habt ihr diese Seite. Und wenn ihr einen Trockenfaserstift habt, könnt ihr jetzt natürlich alle Werte von eurem Tyrannen hier draufschreiben. Zugegebenermaßen, das muss ein sehr feiner Stift sein und ihr müsst eine sehr gute Handschrift hinsichtlich der Winzigkeit da schaffen. Weil teilweise kann ein Tyrannen bis zu neun Fähigkeiten haben, rein theoretisch. Und die kriegt ihr gar nicht alle hier drauf. Also, ich würde euch nicht empfehlen, das hier draufzuschreiben. Nutzt den Chip einfach nur als Platzhalber und nehmt euch eure Mathe oder den von Shipthereal Games mitgebrachten Sheet, wo ihr eure Werte direkt handschriftlich draufschreiben könnt. Ich habe mir hier eine Kopie gemacht, weil ich nicht unbedingt immer mag, diese Original-Sheets zu beschreiben. Bin da etwas eigen in der Art, deswegen mache ich mir da meistens eine Kopie. Ihr könnt dann auf alle Fälle eurem Tyrannen einen Namen geben. Das wird bei mir Müll sein. Ist mir gerade so eingefallen. Dann übernehmt ihr alle Werte, die ihr hier auf dem Sheet habt, direkt hier auf das Blatt. Das heißt für Lebenspunkt, die Initiative, Angriffswert, Verteidigungswert, ob es ein Nahkämpfer oder Fernkämpfer ist. Achtung, ihr seid nur ein Fernkämpfer, wenn der Pack direkt hier im ganz rechten Bereich drin ist. Dazwischen nützt gar nichts, dann ist es immer noch ein Nahkämpfer. Ob er zusätzliche Bettys am Beginn des Kampfes ruft, das wird unser nicht können. Wie das aber theoretisch funktioniert, werde ich euch natürlich dann auch zeigen. Auf welche Tyrannenwürfel er Zugriff hat, könnt ihr hier festhalten. Und natürlich alle Fähigkeiten. Bei den Fähigkeiten ist eine Sache ganz wichtig. Und zwar kann es sein, dass eure Bettys, die ihr hier eingeloggt habt, natürlich mehrere Fähigkeiten haben. Und diese Fähigkeiten tragt ihr natürlich alle auch hier ein. In unserem Fall haben wir jetzt Bettys, die jeweils nur eine Fähigkeit haben. Deswegen nicht ganz so dramatisch. Wenn ihr aber Bettys habt, die mehrere Fähigkeiten habt, dann dürft ihr im Nobulus Apprenticeship Program aber nur in diesem Spielmodi nur eine Fähigkeit je Bettys für den Kampf jetzt nutzen. Das heißt, am besten macht ihr euch ein kleines Sternchen oder einen Punkt dran an die Fähigkeit, die ihr jetzt für den Kampf verwenden wollt. Wenn ihr den Tyrannen später in euer normales Too Many Bones integriert, um dass die Gearlogs gegen diesen kämpfen, dann wird dieser Tyrann alle Fähigkeiten haben. Diese Differenzierung solltet ihr auf alle Fälle beachten. Was wir noch wissen müssen und was natürlich auch auf diesen Sheet dann eingetragen wird, mit welchen Klassen unser Tyrann korrespondiert, das wird für euer normales Too Many Bones Spiel natürlich wichtig sein. Welche Betty Klassen ihr für den Active Pool da mit hinein habt, also in dem Fall diese vier Klassen. Unser Tyrann hat momentan zwei Tyrannenwürfel, aber die hat er auch kompletten Zugriff. Das heißt, wenn hier drei Tyrannenwürfel drin sind, können wir mit drei Tyrannenwürfeln werfen. Das ist natürlich sehr mächtig, dass unser Tyrann da gleich drei Tyrannenwürfel hat. Aber die Fähigkeiten der Tyrannenwürfel sind jetzt nicht so überdimensional groß wie gegebenenfalls die Fähigkeiten von den Standard-Tyrannen von Too Many Bones. Und deswegen hat man halt die Möglichkeit, gleich mehrere zu werfen. Das sind quasi wie eine Art zusätzliche Fähigkeiten, die dieser Tyrann hat. Des Weiteren ist zu beachten, dass unser Tyrann nicht die Möglichkeit hat, sich diagonal zu bewegen. Die meisten Tyrannen können das, das wird dieser Tyrann leider nicht können. Das heißt, hier sind wir auf alle Fälle angewiesen, dass wir uns nur waagerecht und senkrecht bewegen. Okay, dann wissen wir erstmal alles, was unseren Tyrannen betrifft. Dann habe ich hier meine neun Lebenspunkte. unseren Tyrannien-Chip platziere ich jetzt quasi wie auf seiner Gearlock-Matte jetzt erstmal hier drauf. Wird natürlich jetzt gleich ins Schlachtfeld gehen. Dann haben wir vier Angriffswürfel, nur einen Verteidigungswürfel und wir haben diese beiden Tyrannenwürfel. Also das sind unsere Voraussetzungen, mit denen wir jetzt in den Kampf gehen. Plus natürlich die drei Fähigkeiten. Wir können sie alle drei benutzen. Auf jedem Belli ist ja nur eine drauf. Und wir wissen natürlich, Initiative 5 werden wir gleich feststellen, wie die zum Einsatz kommt. Und wir haben halt die Möglichkeit, als Fernkämpfer zu agieren. Hinsichtlich des bevorzugten Zieles, und das wird jetzt wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein, können wir grundsätzlich immer nur auf das stärkste Ziel gehen. Wie das direkt funktioniert, werden wir gleich jetzt im Kampf sehen, weil wir es nicht geschafft haben, noch eins weiter zu gehen, um auf das schwächste Ziel zu gehen. Das wäre nämlich erheblich vorteilhaft, aber werden wir jetzt gleich sehen. Gehen wir mal rüber zum Schlachtfeld. Bereiten wir unsere Test-Arena vor. Natürlich ganz normal, Runden-Counter auf eins. Dann haben wir ja noch die Beddies, die wir zum Anfang des Spieles separiert haben, um den Initial-Splice durchzuführen. Und diese Beddies werden uns jetzt im Endkampf gegenübertreten. Das sind grundsätzlich immer fünf an der Zahl, also vier Beddies und der Proto-Tyrann. Und der BQ wird grundsätzlich wie folgt zusammengebaut. Und zwar nehmen wir zuerst die beiden Fünfer, die wir haben. Übrigens, man sollte sich, während man den Tyrannen erschafft, auch mal die Fähigkeiten angucken. Wie sollte man seinen Tyrann eventuell dann aufbauen, um vielleicht diesen Test auch zu schaffen. Das habe ich total ignoriert. Ich wollte einfach nur einen Tyrannen erschaffen. Denn hier sind ein paar fiese Fähigkeiten dabei. Zum Beispiel hier Break ist natürlich etwas, was sehr, sehr nervig sein kann, wenn gleich unsere Angriffswürfe dadurch erschöpft werden. Und das funktioniert hier dann genauso. Okay, dann mischen wir, dann haben wir hier unsere Fünfer. Dann haben wir unsere beiden Einer. Mischen wir, legen wir drunter. Und ganz zum Schluss unten drunter kommt noch der Proto-Tyrann. Der Proto-Tyrann hat die Fähigkeit Randomize. Und Randomize bedeutet, dass er natürlich auch einen Tyrannenwürfel bekommt. Und dafür nehmt ihr alle verbliebenen Tyrannenwürfel, die mit Splice & Dice geliefert worden sind. Mit Ausnahme von den Tyrannenwürfen, die euer eigener Tyrann jetzt im Kampf benutzt. Die stehen dem Proto-Tyrann nicht zur Verfügung. Und dann nehmt ihr auch hier euren Würfel, wo ihr sonst die Laborwürfel drin habt. Die schmeißt ihr alle raus. Da schmeißt ihr jetzt diese ganzen Würfel rein. Mischt einmal ganz gut durch. Und zieht zufällig einen Würfel jetzt hier raus, der für den ganzen Kampf dann dem Tyrannen zur Verfügung steht. Und dann haben wir diesen Würfel. Okay, schauen wir mal, was es ist. Es ist der Goblin-Tyrannenwürfel. Okay. Ja, zwei Fähigkeiten hat der Würfel. Einmal Alarm bedeutet nichts anderes, dass die nächste gegnerische Einheit vom Tyrannen, also das ist ja unser Tyrann, dann ganz zum Schluss des Inimators erst rein. Das heißt, alle anderen Baddies sind vorher dran und deswegen dieser Alarm. Wartet eingehen, wenn ihr das in einem normalen Too-Many-Bones-Spiel macht, wo ihr gegebenenfalls mehrere Gear-Logs habt, dann ist es ja nur erstmal ein Gear-Log, der ganz nach hinten wandert, der als nächstes dann dran ist vom Inimator. Aber okay, und dann haben wir hier noch die Fähigkeit, dass er Ali-8 hat. Das bedeutet, er ruft sich noch zusätzliche Gegner auf das Feld und das wird natürlich heftig sein. Dafür benötigen wir jetzt zum Beispiel den Active Stack und es steht ja drauf geschrieben, dass es ein Einer-Baddy ist. Wir haben nur noch einen Einer-Baddy in unserem Active Stack. Alle anderen haben wir schon für Forschungszwecke benutzt. Das heißt, das nächste Mal, wenn diese Fähigkeit aktiv wird, wird er diesen einen rufen. Wir wissen noch nicht, was es ist. Sollte danach die Fähigkeit erneut kommen, dann müssen wir diesen Stack wieder neu formen. Das heißt, wir nehmen dann alle Einer-Baddies aus der Ablage, mischen sie wieder zusammen, formen einen neuen Active Stack, um dann wieder davon zu ziehen. Und dies gilt natürlich für alle Fähigkeiten, die irgendwo Baddies auf das Schlachtfeld rufen. Das heißt, wenn euer Active Stack leer ist, müsst ihr die Ablage neu mischen, um diesen wieder neu zu formen. Okay, und dann platzieren wir jetzt mal die Baddies, den Würfel legen wir erstmal zur Seite. Der Tyrann ist ja noch nicht da. Wir wissen ja, es sind fünf Gegner, vier dürfen maximal am Kampf gleichzeitig daran teilnehmen. Das heißt, wir werden am Anfang erstmal nur die Baddies haben. Bis wenn wir den ersten besiegen, ganz normal nach den Regeln, dann rutscht natürlich der BQ nach und dann würde der Tyrann herauskommen. Schauen wir mal, was wir alles jetzt zusammen kriegen. Wir haben diesen, ich lege sie erstmal nur so hin für die Lanes. Ob sie Fernkämpfer sind oder Nahkämpfer sind, werden wir gleich erkennen, indem wir die Lane-Marker platzieren. Okay, und dann haben wir das. Dann hole ich jetzt natürlich unsere Lane-Chips und platziere die Baddies mitsamt ihren Lebenspunkten auf das Feld. Und so sieht es zum Beginn des Testkampfes in unserem Areal aus. Wir haben die vier Baddies, wir haben hier hinten einen Fernkämpfer mit Poison, sehr unangenehm. Dann haben wir hier drei Nahkämpfer, einmal mit der Fähigkeit Confuse. Das ist die Geschichte, dass Angriffs- und Verteidigungswürfe vertauscht werden, wenn wir den Statuseffekt drauf kriegen. Das kann man manchmal positiv einsetzen. Jetzt werden wir dann sehen, ob uns das gelingt. Und des Weiteren wird er, wenn er stirbt, einen Köder legen. Und den müssen wir natürlich vorher wegmachen, bevor wir dann irgendwas anderes kaputt machen dürfen. Dann haben wir hier den schlimmsten Baddy, den wir eigentlich bekommen können. Und zwar einen mit der Fähigkeit Break. Das heißt, er wird unsere Angriffswürfe sofort erschöpfen, wenn wir sie einsetzen. Und da werden wir sehr große Probleme haben, dass wir das schaffen. Und vor allen Dingen, wir müssen ihn versuchen, irgendwie eher wegzukriegen. Ob uns das gelingt, wir werden es sehen. Wir haben in unserem Tyrannen zwar etwas mehr Kontrolle, als wenn das Spiel einen Tyrannen kontrolliert. Aber dennoch sind unsere Möglichkeiten etwas limitierter, als wenn man mit einem Gearlock spielt. Werden wir dann gleich im Kampf sehen. Und dann haben wir zum Schluss noch einen mit Blind Strike. Das könnten wir zu unserem Vorteil ausnutzen. Das ist immer dann, dass er auf die Nachbarfelder drauf schlägt, egal wer dort steht. Und wir haben Inspire, was ja bedeutet, dass andere Baddies oder Gegner herangeholt werden hinsichtlich der Initiative. Und wir bekommen auch noch einen Angriffsbonus. Also alles sehr unangenehme Sachen. Und wir wissen auf alle Fälle, wenn der Tyrann da ist, dass der gegebenenfalls noch Baddies rufen kann. Okay, dann sind wir dran, unseren Tyrannen zu platzieren. Sondern wir nutzen natürlich die Starting Positions, die sonst die Gearlocks haben. Übrigens hinsichtlich der Matte, ihr könnt natürlich die Standardmatte auch aus Too Many Bones nehmen. Ich habe jetzt die von Undertow, sieht einfach etwas schicker aus. Beachte dabei, wenn ihr die von Undertow nehmt, dass ihr die Landseite nehmt. Bitte nicht die Seite mit dem Fluss. Unser Tyrann ist ein Fernkämpfer. Das heißt, wir können diese Slots nehmen. Und ich werde ihn hier ganz weit weg von dem mit dem Break erstmal stellen, damit dieser uns nicht zu nahe kommt. Obwohl, die Fähigkeit Break hat von seiner Seite her erstmal nichts damit zu tun, dass er irgendwelche Schaden an uns macht. Das liegt eher an uns, wie wir da agieren, wie wir ihn angreifen und ob wir ihn angreifen. Doch das werden wir natürlich dann sehen, wie das ganz im Kampf funktioniert. Unser Tyrann hat natürlich auch eine Initiative für das Inni-Mieter. Und da haben wir eine 5. Und dann gibt es hier diesen schicken Tyrannen-Initiativwürfel. Der wird auch nicht geworfen. Der wird einfach jetzt eingeloggt an die Position, die er hat. Somit eine 5. Es steht jetzt in den Regeln nicht drin, ob wir jetzt vor den Beddies dran sind oder danach. Ich gehe davon aus, dass es wird wie bei den Gearlock-Regeln sein, dass wir vorher dran sind. Deswegen würde ich ihn ganz einfach jetzt vorne ranstellen. Und dann sind wir auch als erstes nachher in Runde 1 dran. Doch bevor es weitergeht, muss jetzt geprüft werden, ob gegebenenfalls unser Tyrann fähig ist, zusätzliche Hilfe zu rufen. Und zusätzliche Hilfe bedeutet dieser Track hinsichtlich der Extra-Bettys. Der ist momentan bei uns hier ganz oben. Es heißt momentan, der wird sich auch nicht mehr ändern, da gehen. Somit wird unser Tyrann keine Hilfe von irgendjemanden bekommen. Sollte euer Pack hier drin sein, dann bekommt euer Tyrann einen Helfer in Höhe eines Fünfer-Bettys vom Active Stack. Auch hier haben wir momentan nur noch einen drin. Wir haben ja auch nicht mehr brauchen, wahrscheinlich im Kampf. Somit wird er auch hier wieder gezogen werden. Dann ist dieser Stack leer, müsst ihr wieder die Ablage neu, Mischen an Fünfer-Bettys bereitstellen und dann gegebenenfalls ziehen. Habt ihr den Pack sogar hier unten drin, dann bekommt ihr sogar zwei Helferlein hinsichtlich des Kampfes. Und diese Helferlein werden zu Beginn des Kampfes, nachdem ihr euren Tyrannen platziert habt, gezogen. Und sobald ihr sie zieht, platziert ihr diese auf das Schlachtfeld hinsichtlich, ob sie Nahkämpfer oder Fernkämpfer sind. Ihr müsst sie nicht angrenzen, zu eurem Tyrannen platzieren, das ist vollkommen egal. Aber wenn ihr einen Nahkämpfer habt, dann dürft ihr halt nur im Nahkampfbereich platzieren, von den Feldern, die noch frei sind. Wenn ihr solche Helferlein im Spiel habt, dann bekommen sie keine eigene Initiative. Sie werden nach eurer Wahl ihren Zug immer vor eurem Tyrannen machen oder nach eurem Tyrannen. Aber nach denselben Regeln wie euer Tyrannen. Das heißt, hinsichtlich der Bewegung, der Zielerfassung, der Würfel, die ihr nutzen könnt, alles das wird für eure Helferlein dann genauso zählen wie für euren Tyrannen. Nur ihr müsst euch halt entscheiden, ob ihr ihn halt vor oder nach dem Tyrannen ziehen lasst. Doch diese ganzen Möglichkeiten sind hier für unseren Kampf leider nichts wert, denn wir haben keine zusätzlichen Beddies, die wir hier für uns platzieren können. Übrigens, diese Beddies haben dann natürlich keinen Lane-Marker und deswegen kann man sie auf dem Feld auch gut auseinanderhalten zwischen den Beddies, die eure Gegner sind und die, die euch gehören, hinsichtlich der Kontrolle. Ja, liebe Freunde, und damit sind wir fertig mit dem Aufbau unseres Testgebietes. Und jetzt geht es natürlich an die alles entscheidende Schlacht. Mal sehen, wie gut oder schlecht wir uns schlagen. Wir werden es jetzt sehen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Okay, dann sind wir jetzt auf dem Schlachtfeld und mal sehen, wie wir uns schlagen. Tatsächlich gebe ich mir nicht allzu viel Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Dennoch versuche ich natürlich mein Bestes zu geben und so viel wie möglich Beddies zumindest auszuschalten. Warum bin ich davon nicht überzeugt, dass ich es schaffen werde? Ich habe bei der Tyrannerstellung einige Sachen ja nicht so günstig umgesetzt. Ich habe ein paar Sachen dabei, die sich gegenseitig ausschließen, andere Sachen, die nicht gut herüberkommen oder umsonst angewendet werden können, werde ich natürlich jetzt während des Playtos immer erwähnen, was ich damit meine. Des Weiteren sei erwähnt, das Erstellen eines Tyrannes mit verschiedenen Betty-Fähigkeiten, die miteinander agieren, wirft natürlich Konflikte auf. Auch Ship Theory Games hat das momentan auch auf Resonanz natürlich der Community erkannt, dass es hier und da Fähigkeiten gibt, die bedürfen einer erweiterten Erklärung, wenn sie halt auf andere Fähigkeiten treffen. Da gibt es momentan schon bei Ship Theory Games ein Referenzsheet dazu, wo diese Sachen aufgegriffen worden sind. Und dieser Sheet wird natürlich immer weiter erweitert. Heißt, wenn euch irgendetwas auffällt von irgendwelchen Fähigkeiten, die miteinander irgendwie schlecht kombinierbar sind oder man weiß nicht, was zu tun ist, einfach mal dort auf diesem Sheet nachschauen. Eventuell wird man da fündig. Ansonsten ruhig dort nachfragen bei Ship Theory Games, die geben sehr gut Auskunft, was die einzelnen Fähigkeiten dann angeht. Aber ihr könnt natürlich auch mich hier über die Kommentare fragen. Ich versuche dann natürlich auch mein Bestes, um eine Lösung herbeizuführen. Und auch hier ergänzend auch noch der Hinweis zu diesem Kampf, den ich jetzt ausführen werde. Es kann natürlich Sachen sein, die ich eventuell falsch interpretiert habe oder die jetzt in der Zukunft gegebenenfalls ab dem heutigen Tag noch weiter klargestellt werden, sodass ich sie vielleicht nicht korrekt gespielt habe. Wenn euch irgendetwas auffällt, dann rein damit in die Kommentare. Ich würde es dann natürlich unter das Video in einem Errata zusammenfassen, dass derjenige das Video eventuell etwas später sieht. Natürlich auch die aktualisierte Version, zumindest in Textform, dann auch nachlesen kann. Doch dies nur als Hinweis. Jetzt geht es natürlich ins Kampfgeschehen und jetzt gucken wir uns mal diesen Kampf an, wie er abläuft. Vor allen Dingen, wenn wir mit einem Tyrannien spielen, dann ist es etwas differenziert, als wenn ihr mit Gearlock spielt. Denn wir haben keine Dexterity, auf die wir achten müssen. Oder wir haben auch keine so richtigen Active- oder Locked-Bereiche, auch keinen Backup-Plan, den wir jetzt irgendwie aufsparen können. Wir haben auch nicht unbedingt wie bei den Gearlocks eine freie Ziel, weil auch das ist etwas eingeschränkt. Was eingeschränkt ist und wie das Ganze jetzt funktioniert, werde ich euch natürlich jetzt vermitteln. Und da geht es zu Beginn los, wenn wir dran sind und wir sind momentan hinsichtlich der Initiative dran, unser Tyrannen-Initiativwürfel ist ganz vorne, würden jetzt alle Start-Effekte natürlich ausgeführt werden. Das heißt, wenn euer Tyrann oder vielleicht eure Alliierten irgendwelche Effekte haben, die jetzt zu Beginn oder zu Beginn des Zuges oder Beginn der Runde wirken, dann müssen die natürlich jetzt appliziert werden. Als nächstes ist die Bewegung dran und jetzt müsst ihr differenzieren, wenn ihr Alliierte dabei habt, ob ihr die eventuell vor dem Tyrannen aktivieren wollt oder nach dem Tyrannen. Und dann wird natürlich jeder Betty oder jeder Alliierte Betty zu euch, dasselbe Konzept haben wie euer Tyrann. Wir haben jetzt hier keine Alliierten, deswegen können wir uns der Sache auch nicht stellen, aber das, was ich jetzt mit dem Tyrannen machen, gilt halt auch für alle Alliierten. Nur, dass ihr halt vorher entscheiden müsst, ob ihr den Alliierten vor dem Tyrannen oder danach bewegt. Beziehungsweise nicht nur bewegt, sondern den kompletten Zug natürlich ausführt, bis wenn halt dann der nächste Alliierte dran ist oder halt der nächste Tyrann. Und wenn alle ihren Zug durch haben, dann geht es natürlich mit den Initiativen wieder weiter. Aber okay, kommen wir jetzt zur Bewegung. Und zwar hier kommen wir schon wieder auf eine kleine Differenzierung von dem, was eventuell normale Bettys oder Tyrannen machen. Wir haben auch wieder zwei Bewegungspunkte, die wir verwenden können, um uns zu bewegen. Doch diesmal geht es jetzt nicht, wie wenn die künstliche Intelligenz steuert, dass sie automatisch immer auf das nächste Ziel zugeht. Nein, wir haben tatsächlich die freie Wahl hier bei der Bewegung, wie viel wir laufen und wohin wir laufen. Und da würde ich das mit unserem Tyrann einfach so machen. Eins, zwei, ich möchte bitte hier hinten dran. Als nächstes, nach der Bewegung wird das Ziel gewählt, was ich jetzt mit meinem Tyrannen gerne behaken möchte. Achtet dabei, wenn ihr Nahkämpfer seid, könnt ihr natürlich nur angrenzende Ziele wählen. Seid ihr Fernkämpfer, könnt ihr alle Ziele wählen. Aber nicht wirklich, denn hier kommt natürlich euer bevorzugtes Ziel zum Einsatz. Das heißt, ihr habt nicht wirklich die Wahl, wen ihr angreifen könnt. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Punkt, der mit meinem Tyrannen sehr, sehr schlecht ist. Denn als Fernkämpfer stehen mir erstmal alle Ziele zur Verfügung auf dem Schlachtfeld. Aber jetzt muss ich von allen möglichen Zielen das bevorzugte Ziel heraussuchen. Denn das bevorzugte Ziel unseres Tyrannen ist leider nur immer das stärkste Ziel, weil wir uns nicht hier in diesem Bereich vorarbeiten konnten, dass wir auf das schwächste Ziel gehen. Das schwächste Ziel hat immer den Vorteil, dass es, klar wie der Name schon sagt, die wenigsten Lebenspunkte hat. Und wir es wahrscheinlich relativ schnell besiegen können oder immer wieder gezielt besiegen können, damit es halt wegkommt vom Schlachtfeld und dann auch nicht mehr nervt. Beim stärksten Ziel ist immer der Nachteil, wenn wir einen großen Stack haben an Lebenspunkten, dann schießen wir diese Lebenspunkte wahrscheinlich nicht vollständig weg, aber etwas runter. Aber dann kommt vielleicht der nächste Betty in dem nächsten Zug, der jetzt stärker geworden ist. Und man muss halt seine Ziele über den Laufe der Zeit immer weiter aufsplitten und kriegt die Bettys halt nicht fokussiert weg. Und das ist ein erheblicher Nachteil, zumal man als Fernkämpfer auch noch verschiedene Ziele zur Verfügung hat oder alle Ziele, die irgendwo möglich sind. Im Bereich des Nahkampfes hätte ich gegebenenfalls mit Bewegung noch eine kleine Vorauswahl treffen können, je nachdem, wohin ich mich bewege. Aber so wird das natürlich jetzt sehr, sehr schwer für mich. Und das ist natürlich eine Sache, die ich nicht beachtet habe. Und als Ergänzung noch, solltet ihr natürlich in den Genuss kommen, mehrere Ziele angreifen zu dürfen. Da müsst ihr natürlich auch mehrere Ziele gleich jetzt wählen. Okay, was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Wir müssen aufs stärkste Ziel gehen von allen möglichen Zielen. Das sind nun mal leider alle. Und das stärkste Ziel ist eindeutig hier, dieser Golem mit der Fähigkeit Break. Und das wissen wir, was bedeutet. Wenn ich hier mit Angriffswürfeln draufhake, dann werden diese Würfel erschöpft und sind für den Rest des Kampfes weg und nicht mehr nutzbar. Heißt, in der ersten Runde würde ich hier, wenn ich diese Würfel anwenden müsste, kommen wir gleich darauf, was ich damit meine, dann gleich einen erheblichen Nachteil haben, weil wir die anderen Bennys wahrscheinlich gar nicht mehr wegbekommen. Daher wird es für mich sehr, sehr schwer sein, hier Fokus zu legen. Aber ich muss ihn ja als Ziel wählen. Ich habe nicht die Wahl, doch wie schaffe ich es, dass es nicht mehr das stärkste Ziel wird? Zum Glück habe ich noch Fähigkeiten, denn nachdem wir jetzt das Ziel festgelegt haben, und das wird halt dieser Golem sein, kommen jetzt die Fähigkeiten zum Einsatz, die direkt auf das Ziel appliziert werden können. Schauen wir uns unsere Fähigkeiten an. Mit Hardy können wir nichts auf dem Ziel machen, das ist eher defensive für uns. Mit Untargetable können wir auch nichts weitermachen, weil das auch eher für den Schutz ist. Das ist auch eine Fähigkeit, die habe ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt, die ist aber sehr cool, wenn sie ausgelöst wird, denn dann können die Gegner uns nicht mehr ins Ziel nehmen bis zur nächsten Runde und dann werden wir erstmal fein raus. Aber dafür müssen wir natürlich auch Knochen werfen und zum Knochen werfen müssen wir natürlich auch Würfel. Aber werden wir dann sehen. Doch die letzte Fähigkeit, Poison 2, das ist eine Sache, die ist auf alle Fälle cool und die kann ich direkt auf mein Ziel applizieren. Und daher kommt jetzt hier schon ein Poison 2 Effekt drauf. Und wenn dieser Golem dann dran ist, dann bekommt er schon mal 2 True Damage. Damit hätte er dann nur noch 5 Lebenspunkte und wäre hinsichtlich des stärksten Ziel mit diesem hier gleich. Und dann könnte ich wählen bei Gleichstand, wen ich dann als Ziel nehme. Aber ihr seht dann, dann mache ich hier Schaden drauf, dann ist er wieder das stärkste. Und so wichselt sich das hin und her und die ganze Zeit hier hinten, hauen die anderen Bettys natürlich drauf. Und deswegen muss ich jetzt versuchen, hier das Beste draus zu machen. Ich bin nur froh, dass ich die Fähigkeit Hardy habe, sonst hätte ich wahrscheinlich das gleich in den Sand tauen dürfen. Nachdem ihr die Fähigkeiten auf euer Ziel appliziert habt, die halt ohne irgendwelche Würfelwürfe auskommen, wie zum Beispiel halt Poison, kommt jetzt natürlich das Würfeln zum Drang. Als erstes stellen wir mal unseren Würfelpool zusammen, den wir auf unser Ziel dann wirken. Zum Würfeln stehen uns zur Verfügung die Tyrannenwürfel, die Angriffswürfel und die Verteidigungswürfel. Das wäre unser kompletter Pool, den wir nehmen könnten. Gibt keine Dexterity, es würden alle Würfel geworfen. Aber bei den Angriffs- und bei den Verteidigungswürfeln habt ihr eine Option. Ihr müsst nämlich nicht alle werfen. Und das ist auch das Gute, denn wenn ich jetzt diese vier Würfel gegen diesen Golem werfen würde und wenn ich Schaden mache würde, dann würden die erschöpft werden. Und das wäre natürlich das Ende des Kampfes. Deswegen habe ich zum Glück die Option zu wählen und zu sagen, nein, ich möchte keine Angriffswürfel werfen. Ich nehme nur den Verteidigungswürfel. Werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden machen. Aber immerhin halte ich die Angriffswürfel weiterhin im Spiel. Und der Gift-Effekt macht ja wenigstens etwas Schaden. Und noch ein Ausblick für diejenigen, die die Möglichkeit haben, mehrere Ziele anzugreifen. Da merkt ihr auch hier natürlich ganz normal Verteidigung und auch die Tyrannenwürfel. Verteidigung ist optional. Und auch wieder die Angriffswürfel sind optional. Aber das macht ihr für jedes Ziel separat. Das heißt, Verteidigung macht ihr ja sowieso nur einmal. Aber die Angriffswürfel werden für jedes Ziel separat bestimmt, sodass ihr auch da ein klein wenig Kontrolle habt. Aber wir haben ja nur ein Ziel. Das ist der Golem. Und ich möchte auch nur einen Verteidigungswürfel und die zwei Tyrannenwürfel werfen. Die Tyrannenwürfel übrigens sind nicht optional. Die müsst ihr werfen. So, dann haben wir dieses Ergebnis. Mal sehen, was es wert ist. Das, was ihr jetzt erwürfelt habt, müsst ihr natürlich jetzt auf euer Ziel applizieren. Achtung, jetzt habt ihr nicht mehr die Wahl zu sagen, nein, möchte ich nicht. Ihr müsst es machen. Aber die Reihenfolge können wir selber bestimmen. Okay, dann schauen wir mal, was das Ganze wert ist. Wir haben hier auf einmal diesen Tyrannenwürfel mit dem Herz und der 2. Was sagt, ich würde einfach meinen Tyrannen um zwei Lebenspunkte heilen? Ja, wir sind auf Maximum. Deswegen vollkommen egal. Und auch die Effekte machen nicht irgendwas, dass ich jetzt Schaden bekomme. Deswegen hätte ich den auch vielleicht zum Schluss machen können. Und falls irgendwas ausgelöst worden wäre, das Schaden macht, zum Beispiel Lashback, dann hätte man das auch zum Schluss anwenden können. Aber in dem Sinne vollkommen egal und können wir nicht anwenden. Dann haben wir hier das Nächste und das ist relativ eindeutig. Wir sollen einen Gifteffekt 2 platzieren. Problem ist beim Gift, ihr kennt das, wir können jetzt nicht zusätzlich noch einen Giftwürfel da drauf packen, denn es ist ein Status, der sich immer wieder auf diesen Wert anwendet. Heißt, wenn ich jetzt hier eine 2 habe, würde ich nur diesen Gifteffekt, der hier drauf ist, auf 2 wieder erhöhen. Das wäre gegebenenfalls in der nächsten Runde wieder sinnvoll, wenn da ein 1er drauf ist, aber dann mache ich ja wieder einen neuen 2er drauf, weil ich ja die Fähigkeit habe. Das ist zum Beispiel eine Sache mit diesem Tyrannenwürfel. Das Parallel mit der Fähigkeit Poison zu haben, ist nicht sehr glücklich, wenn man eigentlich einen Tyrannenwürfel damit aus dem Spiel nimmt, den ich wirklich effektiv ansetze, außer wenn man gegebenenfalls den anderen Effekt mal würfelt. Aber okay, auch hier, kein Effekt können wir zur Seite legen und des Weiteren kein Effekt, wer weiß, aber vielleicht haben wir einen Backup-Plan, gucken wir gleich. kommen natürlich Verteidigungsschilde, wenn wir haben, auf unseren Tyrannen dann drauf. Und Achtung, wenn ihr Verteidigungswürfel werft, dürft ihr nur die werfen, die euch noch zur Verfügung stehen. Würfel, die schon obendrauf platziert sind, könnt ihr nicht wegnehmen und freiwillig neu werfen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Aber okay, wir haben ja kein Schild geworfen, wir haben nur einen Backup-Plan, den wenden wir jetzt an. Und natürlich, wenn ihr Angriffswürfel geworfen habt, werdet ihr natürlich den entsprechenden Schaden auch applizieren. Doch gehen wir doch mal rüber zum Tyrannen, was wir eventuell mit dem Bone machen können. Okay, schauen wir die Backup-Pläne von unseren Tyrannen an. Und die finden wir natürlich nur auf den Fähigkeiten von unseren Bettys, die hier eingeloggt sind. Und wenn ihr natürlich die Fähigkeit mitgenommen habt bei Nubulus Apprenticeship Program dürfte ja hier nur eine Fähigkeit. Mit dem solltet ihr immer beachten. Nur hier in dem Fall war es relativ eindeutig. Und ihr könnt selber wählen, falls ihr mehrere Backup-Pläne habt und nur begrenzte Knochengruppe, welchen ihr anwendet. Aber ihr müsst die Knochen anwenden. Ihr könnt nicht sagen, ihr wollt den Backup-Plan nicht haben. Aber wir haben einen, und zwar hier über dieses Knochensymbol, bedeutet, und das ist mit die wichtigste Fähigkeit unseres Tyrannen, und eigentlich bin ich da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil ich mit dieser Fähigkeit gar nicht kalkuliert hatte. Aber jetzt wird sie sehr, sehr mächtig sein, denn dadurch bekommen wir einen Statuswürfel, welcher besagt, dass dieser, dieses Ziel oder diese Einheit nicht von Gegnern als Ziel avisiert werden kann, bis wenn dieser wieder dran ist. Und dadurch wird natürlich auch die Bettys sich nicht bewegen. Somit haben wir uns jetzt eine Runde erkauft. Doch ob wir es damit auch schaffen, am Ende durchzukommen, das werden wir natürlich noch sehen. Zum Schluss, nachdem ihr jetzt eure Würfel ausgewertet habt, müsst ihr natürlich gucken, ob die Bettys irgendwas darauf reagieren. Es gibt ja manche Fähigkeiten, die auf Angriff reagieren, wie zum Beispiel halt das Brake oder sowas. Dann müsst ihr das natürlich anwenden, aber haben wir hier nicht, und somit müssen wir da nichts machen. Und damit sind wir aber auch schon am Ende unseres Zuges angekommen. Mehr ist jetzt nicht zu tun. Solltet ihr jetzt natürlich noch Alliierte haben, die ihr noch nicht aktiviert habt, müsst ihr die jetzt aktivieren und das gleiche Prozedere abhandeln. Aber haben wir ja nicht, und deswegen geht es weiter mit den Bettys. In dem Sinne, der Grüne ist dran, und das ist dieser. Zu Beginn seines Zuges wird die Fähigkeit Blindstrike aktiviert, die besagt, dass eine angrenzende Einheit jetzt Schaden bekommt, und zwar immer die stärkste. Momentan steht da nur eine Einheit, also vollkommen egal, ob das ein Gegner ist oder ein Alliierter. Der kriegt sofort einen Schaden ab, und da kann der höchstens was mit Defensive machen. Kein Du-Damage, aber immerhin, er hat ja keine Schilder, trifft er jetzt dieser blinde, kleine Wicht diesen Golem. Des Weiteren führt ja Inspire 1 aus. Inspire heißt ganz einfach, dass er den nächstmöglichen Betty jetzt hinter sich heranzieht, hinsichtlich der Initiative, und dieser macht dann seinen Zug, und bekommt noch einen Angriffswürfel dazu. Doch in dem Fall, da wir jetzt hier nur einen Tyrann haben, und die ganzen Bettys hier aufgereizt wie eine Perlenschnur, hat Inspire hier überhaupt keinen Effekt, denn der nächste wäre ja automatisch sowieso, der Blaue, der dran ist, der kommt quasi dann als nächstes dran, wird er aber einen Angriff dazu bekommen, wenn er dran käme, beziehungsweise irgendein Ziel hat, hat er aber nicht. Das betrifft nämlich auch diesen kleinen Wicht, der jetzt sich natürlich bewegen würde, auf das nächste Ziel. Wir haben aber kein Ziel, weil er ist ja hier versteckt, hinter diesem Blätterbusch, und daher kann er sich nicht bewegen, und bleibt einfach stehen. Zug ist beendet. Kommen wir halt zum nächsten, hatten wir ja gerade festgestellt, das ist hier dieser Blaue. Gucken wir, was er für Fähigkeit hat. Wir haben einmal Confuse, und wir haben einmal Decoy. Doch auch hier ist wieder kein Ziel für ihn verfügbar. Decoy ist vollkommen egal, hinsichtlich das Ziel betrifft, nur wenn er stirbt, wird er einen Köder auslegen, der halt dann angegriffen werden muss, aber haben wir jetzt momentan nicht. Und Confuse würde natürlich sein Ziel betreffen, dass dann Angriffs- und Verteidigungswerte getauscht sind. Macht eventuell für uns gar nicht mal so wenig Sinn, wenn wir das auf uns wirken lassen, weil dann hätten wir vier Verteidigungswürfe, und die Chance, Bones zu werfen, und wieder diesen Effekt zu kriegen, ist natürlich dadurch sehr, sehr hoch. Aber leider macht er den Schaden nicht oder den Angriff und kann nicht erzielen. Deswegen bleibt es so, wie es ist. Und auch sein Zug ist beendet. Passiert nichts. Als nächstes ist hier der Golem dran. Zu Beginn des Zuges, der Gift-Effekt tickt auf ihn mit zwei True Damage, somit schon mal wieder zwei Schaden. Und jetzt ist er definitiv nicht mehr der Stärkste, aber Gift wird abgeschwächt, bekommt hier diesen Würfel. Danach würde er sich natürlich wieder bewegen, versuchen anzugreifen. Kann ja alles nicht, weil er hat kein Ziel und bleibt einfach so stehen. Musste quasi den Gift-Schaden fressen, konnte nichts machen. Wenn es so immer weiterlaufen würde, wäre es natürlich sehr cool. Aber ob uns das gelingt, immer den Knochen zu werfen, wer weiß. Kommen wir noch zum letzten, Benni, das ist hier dieser Fernkämpfer. Der greift nicht wirklich an. Der macht einen Gift-Effekt, aber auch wieder aufs Ziel. Hat kein Ziel, in dem Sinne kein Gift. Sehr, sehr coole Runde, wie es jetzt momentan gelaufen ist. Und jetzt kommen wir zum Rundenende. Prüfen wir, haben wir freie Lanes? Haben wir nicht. Somit kann BQ nicht aktiviert werden, denn es gilt immer ein Einheitenlimit von 4 für die Baddies. Und damit bleibt das so. Und wir kommen schon zu Runde Nummer 2. Effekte zum Start des Zuges haben wir diesmal. Und zwar, dass wir diesen Statuswürfel leider verlieren. Das ist natürlich schade. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Mache ich mal nicht, weil ich habe mich ja extra dorthin bewegt. Die haben sich nicht gezuckt. Deswegen bleibe ich einfach mal stehen und werde mich nicht bewegen. Wähle jetzt mein Ziel. Es muss eins von den Ganzen sein. Das Stärkste. Und das ist momentan hier diese. Da nehme ich einen Lebenspunkt mehr, weil der halt noch zusätzlich eins weggeknüppelt hat. Somit muss ich diesen als Ziel wählen. Und schauen wir mal, was ich hier diesmal werfe. Und da dieser nicht die Fähigkeit Break hat, nehme ich natürlich alle 4 Angriffswürfel, die 2 Tyrannwürfel sowieso, und mein Verteidigungswürfel. Vielleicht habe ich ja hier Glück, wieder den Bohnen für diesen Effekt zu erzielen. Und dann drückt man mal die Daumen. Ich brauche mindestens einen Knochen. Das wäre schön. Und ja, wir haben einen Knochen. Okay, dann werten wir das Ganze mal aus. Was ich zu Beginn der Würfelzusammenstellung noch vergessen habe, ist natürlich die Fähigkeit Poison, die ich auf mein Ziel appliziere. Somit natürlich auch wieder Poison 2. Dieser Effekt diesmal hier drauf. Doch der währt leider nicht lang. Denn wir haben Poison erwürfelt. Aber diesmal nur eine 1. Und es heißt leider, wir sollen quasi den Effekt resetten. Und reset heißt, auf den Wert, der hier drauf ist. Und somit wird aus 2 nur 1. Das heißt, die Mixtur, die wir auf ihn draufgebracht haben, wird das vorhandene Gift etwas abgeschwächt. Somit leider nur einer. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Als nächstes lege ich mal mein Schild hier hoch. Dann wieder Regeneration um 2. Wir sind immer noch bei vollem Leben. Auch kein Effekt. Und dann haben wir hier 3 Treffer erzielt. Die werde ich applizieren. 1, 2, 3. Hat er noch 2 Lebenspunkte übrig. Und jetzt umso schade, dass ich diesen Poison-Effekt geworfen hätte. Sonst wäre er ja quasi mit Beginn des nächsten Zuges ja schon kaputt gegangen. Aber somit leider nicht. Und zum Schluss, wir haben wieder einen Bone. Bone, welche uns erneut diesen Effekt bringt. Also das ist wirklich eine Fähigkeit. Vor allem, wenn man viele Würfel hat. Die Chance, Bone zu werfen, ist sehr hoch. Aber das finde ich schon sehr overpowered. Mal gucken, ob das so bleibt. Reaktion Embedded haben wir nicht. Somit unser Zug beendet. Kommen wir wieder hier hinten. Den mit Blind Strike. Der macht das gleiche wie vorher. Haut also wieder dem stärksten 1 vor die Ome. Und das ist sehr, sehr cool. Und inspiriert natürlich dann hier wieder den Nächsten. Aber genau wie vorhin. Wir werden hier keine Ziele für unseren Bettys darstellen. Somit kommen gar keine Angriffe. Und natürlich auch wieder keine Bewegung. Und somit Zug von dem beendet. Kommen wir jetzt natürlich zu dem Blauen. Er hat einen Gift-Effekt drauf. Somit ein True Damage direkt drauf. Danach geht dieser Gift-Effekt weg. Aber mehr kann er auch nicht tun. Weil kein Ziel verfügbar. Kommen wir schon zum nächsten. Auch dieser hat einen Gift-Effekt drauf. Aber auch er lebt noch. Und der Gift-Effekt ist erstmal weg. Zu guter Letzt hier hinten natürlich dieser Fernkämpfer mit Gift. Er hat noch gar nichts gemacht. Und das darf auch gern so bleiben. Denn auch er hat natürlich kein Ziel. Prüfen wir wieder. Lanes. Alles in Ordnung. Brauchen keinen Prototyran-Ruf. Wenn wir immer noch vier Bettys da sind. Und da kommen wir schon zur nächsten Runde. Beginn unseres Zuges. Wir verlieren natürlich wieder den Effekt. Der so schön ist. Und jetzt dürfen wir wieder unser Ziel wählen. Unsere stärksten Ziele sind momentan dieser mit drei Lebenspunkten. Und der hinten mit drei Lebenspunkten. Der hat einen. Der hat nur noch zwei. Können wir also wählen, wen wir von beiden nehmen. Und dann nehme ich einfach diesen hinten mit dem Gift-Effekt. Weil der knüppelt sehr schön. Das gefällt mir. Heißt Poison-Effekt kommt direkt drauf. Poison auf Poison. Somit ein Würfel von zwei drauf. Danach stelle ich meine Würfel wieder zusammen. Vier Angriffs-Würfel. Die zwei Tyrannen-Würfel muss ich werfen. Und Verteidigungs-Würfel kann ich nicht werfen. Weil der oben drauf ist. Und dann schauen wir mal, ob wir das diesmal wieder mit den Knochen hinbekommen. Und uns die ganze Zeit aus der Affäre ziehen. Und wir haben diesmal keine Knochen. Und der arme Betty wird hier mit einem wahnsinnigen Overkill quasi weggefegt. Tun wir gleich mal die Angriffs-Würfel. Hier sieben Stück. Das bräuchte ich mal gegen den Tyrannen. Dann wäre das ein relativ leichtes Unterfangen. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich die guten Würfel verbraucht. Der Gift-Effekt kommt gar nicht zum Tragen, weil wir ihn einfach weggepustet haben. Aber natürlich wird jetzt eine Lane frei. Und zum runden Ende wird natürlich der Tyrann hier erscheinen. Dann haben wir natürlich hier wieder Regeneration. Wir sind bei vollem Leben. Müssen wir nicht ausführen. Und dann haben wir noch diesen Würfel. Der besagt nichts anderes. Dass sofort auf das Ziel, was wir gewählt haben, alle Defensiv-Würfe erschöpft werden müssen. Achtung! Gerade wenn das mal gegen eure Gear-Logs geht, kann das sehr, sehr bitter werden. Aber natürlich auch auf Bettys könnte man dadurch, dass sie halt keine Verteidigungs-Würfel mehr hochbringen. Also ein sehr mächtiger Würfel, vor allen Dingen für Bettys, die sehr stark mit Verteidigung agieren. Und damit sind wir wieder am Zugende. Diesmal nicht im Versteck. Und somit geht es jetzt natürlich weiter. Erstmal dieser Knüppel zum Anfang. Wieder einmal drauf auf diesem. Sehr gut. Wieder einen Lebenspunkt weg. Und als nächstes bewegt er sich. Natürlich auch das nächste Ziel. Das ist hier unser Tyrannus. Es gibt zwei Wege. Einmal hier lang und einmal hier lang. Kann ich wedeln, wenn es einen gleichen Weg geht. Nur weil ich den mal hier oben lang gehe. Eins, zwei. Dann habe ich eine kleine Fluchtmöglichkeit nach unten. Des Weiteren inspiriert er natürlich jetzt diesen Betty, dass er einen Angriffs-Würfel mehr wirft. Und jetzt natürlich gleich dran ist. Er muss sich nicht bewegen. Er steht benachbart und greift jetzt natürlich an mit drei Angriffs-Würfeln und einem Verteidigungs-Würfel. Was ich vergessen habe, das ist bei beiden hinsichtlich der Verteidigung. Sie konnten zwar vor uns kein Ziel wählen, aber ihre Verteidigungs-Würfel werfen sie trotzdem. Und das werde ich jetzt mal schnell noch für die ersten beiden Runden nachholen. Erstmal für den, für den ersten Wurf wäre ein Schild gewesen. Das heißt, ein zweiter Wurf kommt gar nicht zum Tragen, weil er halt nur einen Würfel hat und lässt ihn oben drauf. Gleiches gilt jetzt für den Golem. Erster Wurf hätten wir hier einen drauf und dann der zweite Wurf noch ein Schild drauf und damit sind wir wieder ganz normal. Doch er greift uns jetzt natürlich an mit den Würfeln dazu. Somit vier Angriffs-Würfel gegen unseren Tyrann. Mal sehen, was er würfelt und das ist eine ganze Menge sechs Treffer. Doch bevor natürlich der Angriff stattfindet, bekommen wir noch seine Fähigkeit Confuse ab, aber hat momentan jetzt keine Relevanz. Jetzt in dem Moment sind unsere Angriffs- und Verteidigungswerte getauscht. Achtung, die Sachen, die aktiv bei euch sind, werden dadurch nicht tangiert. Ihr müsst also jetzt nicht, wenn ihr vielleicht jetzt weniger Verteidigungswertung habt, jetzt irgendwelche Würfel aus eurem Active-Slot herausnehmen. Das bleibt so wie es ist, nur ihr könnt natürlich keine zusätzlichen mehr werfen. Aber wenn ihr gut Schilder aufgebaut habt, dann ist dieses Confuse manchmal gar nicht so schlecht. Bekommt man nämlich dann zusätzlichen Angriff. In dem Fall von uns bekommen wir jetzt zusätzliche Verteidigung auf Kosten des Angriffs. Das ist natürlich für unseren Backup-Plan sehr, sehr cool. Aber okay, jetzt haben wir erstmal hier noch sechs Treffer. Zwei gehen natürlich ins Schild hinein und jetzt haben wir noch vier übrig. Zum Glück haben wir die Fähigkeit Hardy. Und Hardy sagt, in einem Zug kann man maximal nur einen Lebenspunkt verlieren. Eine sehr mächtige Fähigkeit. Somit sind wir ganz gut rausgekommen. Also okay, damit war es das aber auch für seinen Zug. Kommen wir noch zum Letzten. Das ist hier natürlich dieser Golem. Da wägt sich auf das nächste Ziel zu als Nahkämpfer. Geht 1, 2 hier hin. Macht momentan noch nichts. Das ist auch gut so. Denn er hat auch die Fähigkeit, Coruscant, was wir mit unserem Würfel ja haben. Das heißt auch er würde natürlich unsere Verteidigungswürfel für immer erschöpfen. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Zum Glück wird das Ganze nur bei einem Bone ausgelöst. Und wir müssen jetzt auch nicht weiter nochmal werfen, weil schon zwei Schilde oben drauf sind. Doch Zug des Bettys beendet. Zug aller Einheiten beendet. Wir kommen zur Runde 4. Doch vorher wird natürlich gecheckt. Haben wir Platz für den Prototüren? Ja, wir haben die gelbe Lehn frei. Und mal sehen. Es ist ein Nahkämpfer. Nahkämpfer bedeutet, er würde jetzt hier an diese Stelle rauskommen. Wenn diese Stelle belegt, kommt sie natürlich an den nächstmöglichen Punkt heraus hinsichtlich der Lanes, was den Nahkampfbereich angeht. Und von der Reihenfolge nimmt man natürlich dann hinsichtlich der Lane Numbers. Und dann haben wir hier die 2, hier die 4. 2 ist eher. Somit kommt unser Prototüren hier an die Stelle heraus. Er hat zwei Angriffswürfel. Das ist jetzt nicht so viel. Hat natürlich den Tyrannenwürfel, den wir vorhin gezogen haben. Der könnte ein ganz großes Problem darstellen, weil er halt Alliierte ruft. Aber okay. Und er kann sich im Gegensatz zu unserem Diagonal bewegen. Und es ist, wie gesagt, ein Nahkämpfer. Hinsichtlich der Initiative. Es ist ein Tyrann. Und Tyrannen, wenn sie während des Spiels hereinkommen, auf das Schlachtfeld starten. Immer am Beginn des Inimators. Also noch vor uns. Somit kommen wir jetzt in Runde 4. Und der Prototüren ist als erstes dran. Als erstes bewegt er sich. Kürzester Weg zu uns. Es kippt nur noch den Weg hier unten lang. Somit auch hier zwei Felder. 1, Diagonal 2. An diese Stelle. Und jetzt wählt er ein Ziel. Das ist hier natürlich unser Tyrann. Zielwahl ist nicht möglich, denn es ist ein Nahkämpfer. Wir sind noch entfernt. Somit cool. Aber dennoch wird er natürlich seinen Tyrannenwürfel werfen. Verteidigungswürfel hat er nicht. Schauen wir mal, was er bekommt. Und wir haben dieses Ergebnis. Und das ist ein Alarmeffekt, der Einfluss hat auf das Initiativmieter hinsichtlich unserer Einheiten. Das heißt also, unseres Tyrannens. Oder wenn wir natürlich mit Gearlocks spielen, dann natürlich die Gearlocks. Und zwar die nächste Einheit, die jetzt dran wäre, also von dieser Einheit, die Gegenpartei, was ja unser Tyrann ist, verliert jetzt komplett die Initiative und muss zum Ende des Mieters gesetzt werden. Das ist natürlich sehr mies. Da wir keinerlei Verteidiger auf uns drauf haben. Und jetzt sind die Bettys natürlich auch noch dran. Okay. Ja, sind sie auch. Und deswegen kommt jetzt hier der Grüne als nächstes dran. Der möchte ein Blindstrike machen. Hat kein Ziel. Kann er also nicht. Er bewegt sich zu uns. Eins, zwei. Hier hin. Dann haben wir noch die Inspire-Fähigkeit, die dann in diesem Betty natürlich noch einen zusätzlichen Angriffswürfel gibt. Den lege ich einfach mal hier hin, damit ich das Ganze nicht vergesse. Und jetzt greift er uns an. Aber er hat zum Glück weder Angriffs- noch Verteidigungswürfel. Somit sind wir da erstmal fein raus. Aber das nächste Mal, wenn er Blindstrike macht, kriegen wir die Kelle ab. Damit sein Zug beendet. Kommen wir als nächstes zu diesem. Er macht wieder Confuse. Somit verschwindet jetzt der Würfel. Das ist also quasi ein Drauf- und Hin- und Wegnehmen. Jetzt sind wir wieder normal. Und danach wird er uns angreifen mit drei Angriffswürfeln. Plus eins. Also mit vier Angriffswürfel-Verteidigung muss er nicht werfen, weil die immer noch oben ist. Zum Glück haben wir die Hardi-Fähigkeit. Deswegen ja maximal eine Wunde. Okay, was haben wir? Wir haben in Summe zwei Treffer, zwei Bones. Knochen kann er nicht aktivieren. Können wir also weglassen. Zwei Treffer. Wir haben die Hardi-Fähigkeit. Somit nur eine Wunde. Aber es geht so langsam abwärts. Doch das war es dann auch schon. Und wir kommen schon zum nächsten. Ach, jetzt ist natürlich der Golem ran. Aber wir haben einen Vorteil. Dieses Coruscant funktioniert nur auf Würfel, die platziert sind. Also die im Active-Slot sind oder halt auf dem Tyrannien drauf. Da ist momentan keiner. Also kann er da nichts kaputt machen von uns. Aber er kann uns auf alle Fälle jetzt behaken. Weitere Fähigkeiten hat er nicht. Verteidigungswürfel bleiben drauf. Somit drei Angriffswürfel jetzt auf unseren Tyrannen. Und mal sehen. Auch hier gilt natürlich wieder Hardi. Und wir haben... Ja, es wäre passiert. Gott sei Dank. Wir haben keinen Verteidigungswürfel oben. Deswegen der Bohnen verpufft. Aber halt drei Treffer. Doch aufgrund Hardi-Fähigkeit auch wieder nur ein Schaden, den wir jetzt erleiden. Und damit geht es noch. Aber jetzt kommen wir langsam in Regionen, wo es schwieriger wird. Zum Glück sind wir jetzt dran. Und jetzt müssen wir natürlich genau überlegen, was machen wir. Ich muss auf alle Fälle das stärkste Ziel anwählen. Das ist dieser Prototyran. Der hat momentan nichts weiter großartig drauf. Und da kann ich doch eigentlich die volle Kelle reinhauen. Das heißt, unsere Tyrannenwürfel. Dann haben wir natürlich vier Angriffswürfel. Einen Verteidigungswürfel. Den nutze ich auf alle Fälle. Auch, ja, obwohl ich hier Verteidigungswürfel werfe, dann haut der mir den weg. Den verzichte ich mal. Ich werde tatsächlich nur die vier Angriffswürfel werfen. Doch vorher natürlich mein Poison-Effekt aufgrund meiner Fähigkeit geht natürlich drauf. Und dann schauen wir mal, was wir diesmal bringen. Wir haben, ach, kein Bone. Wir haben, ach, wieder abgeschwächtes Gift. Aber auch ganz gute Treffer. Okay. Als erstes wende ich natürlich Heilung an, Regeneration. Ein Lebenspunkt auf unseren Tyrannen zurück. Das ist schon mal cool. Dann als nächstes, ja, den Gift-Effekt brauche ich gar nicht mehr. Auch wenn dieser 1 den wieder etwas abschwächen würde. Denn ich habe 1, 2, 4, 6 Treffer. Er hat nur 5 Lebenspunkte. One-Shot. Proto-Tyrann. Du bist besiegt. Das ist sehr, sehr cool. Aber wir haben noch nicht gewonnen. Denn wir müssen tatsächlich alles leer räumen. Und am Ende noch stehen bleiben. Im Nachgang natürlich jetzt positiv gewesen, dass ich auf das stärkste Ziel gehen musste. Und ein Fernkämpfer war. Dann konnte ich halt dieses Ziel direkt wegmachen. Aber es war natürlich auch glücklich, 6 Treffer zu werfen. Das muss nicht unbedingt immer gelingen. Klar, ich hatte noch einen Gift-Effekt drauf. Der tickt natürlich auch. Aber es ist natürlich die Gefahr, dass der Tyrannigante Zeit hier dann hin und her tigert, wenn wir nur ein Nahkämpfer sind. Und über diesen Goblin-Würfel, den er ja bekommen hat, gegebenenfalls zusätzlich alliiert der Ruf. Zum Glück war dies nicht der Fall. Und somit müssen wir uns nicht weiter stellen. Und damit sind wir schon durch. Ja, mehr kann ich nicht tun. Kommen wir schon, ja, Runde 5. Wenn wir es bis zur Erschöpfung schaffen, weil die haben alle ganz wenig Lebenspunkte. Ich glaube, wir können es tatsächlich schaffen. Doch verkaufen wir das Fell des Bären erst, wenn er erlegt ist. Und deswegen geht es jetzt natürlich weiter hier mit dem Grünen. Er haut Blind Strike und damit schon mal wieder eine Kelle drauf. Erster Schaden schon gemacht. Inspire natürlich jetzt für den Blauen. Der bekommt noch einen Angriffswürfel. Natürlich dann für die nächste Runde hinzu. Mehr muss er nicht machen. Mehr kann er nicht machen. Das heißt, dieser ist dran. Greift uns jetzt an. Wird uns vorher noch etwas verwirren. Okay. Und das Ganze jetzt wieder mit vier Angriffswürfeln. Und Verteidigung bleibt oben drauf. Schauen wir mal. Und, ach, okay. Auch zwei Knochen, zwei Treffer. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das gerade bei dem Gegner. Somit das gleiche Ergebnis nochmal. Aber es ist egal, wie viele Treffen er macht. Solange er mindestens einen macht, macht er einen Schaden. Aufgrund H. die Fähigkeit, die restlichen Schaden ignoriert. Und dann ist der Golem noch dran. Der hat drei Angriffswürfel. Und er trifft noch fünf Treffer. Aber vollkommen egal. Auch hier gilt wieder, wir haben Hardy. Somit nur ein Treffer. Also langsam dünnen wir aber auch aus. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn ich eine gute Regeneration erwürfeln würde. Aber okay. Wir sind an der Reihe. Schauen wir mal, wer ist denn das stärkste Ziel? Das ist, glaube ich, dieser kleine Bursche. Der hat noch drei Lebenspunkte. Alle anderen hier nur noch einen Lebenspunkt. Das wird natürlich nicht schwieriger. Aber jetzt schön, wenn ich einen ausschalten könnte. Aber ich muss diesen hier hinten als Ziel avisieren. Das heißt, der bekommt schon mal jetzt einen Gifteffekt obendrauf. Und ich greife ihn an. Aber Achtung, wir sind verwirrt. Beziehungsweise unser Tyrann ist es natürlich. Und das bedeutet, Angriff und Verteidigungswerte sind jetzt getauscht. Somit habe ich nur ein Angriffswürfel. Aber vier Verteidigungswürfel. Den einen Angriffswürfel, den will ich auf alle Fälle werfen. Denn Gift macht zwei Schaden. Und dann bräuchte ich noch einen. Dann wäre dieser zu Beginn des nächsten Zuges dahin. Brauche ich halt nur auch einen Treffer. Das nächste Problem, was ich habe. Ich könnte jetzt natürlich gut Verteidigung hochbringen. Aber der Golem steht daneben mit seiner Fähigkeit. Und wenn er einen Knochen würfelt, dann sind die Würfel dann futsch. Ich will es aber dennoch probieren, dass ich vielleicht diesen Effekt triggere. Deswegen gehe ich mal auf ein bisschen riskant, aber nicht ganz so sehr riskant. Und werde die Hälfte werfen. Somit zwei von meinen Verteidigungswürfeln, die ich jetzt natürlich werfen darf, weil das getauscht worden ist. Okay, dann schauen wir mal, was wir kriegen. Wir kriegen eine Regeneration, zwar nur eine kleine, aber wir kriegen Bones. Aber nicht den Angriff, den ich gerne gehabt hätte. Na gut. Den Würfel können wir ignorieren. Hat keine Verteidigung drauf, die wir irgendwie erschöpfen können. Dann kriegen wir eine Verteidigung obendrauf. Dann haben wir unseren Bone erwürfelt. Was sagt, wir sind auch noch jetzt versteckt. Somit kein Ziel. Möglich. Und wir regenerieren uns noch um einen Lebenspunkt. Eine ganze Menge Würfel hier obendrauf. Hat man gar nicht richtig Platz. Okay, das war es aber mit unserem Zug. Und das habe ich gar nicht mit eingerechnet. Klar, es kommt noch jetzt natürlich die Erschöpfungsrunde. Das heißt, alle Einheiten bekommen jetzt automatisch einen Schaden. Dieser hat nur noch einen. Das heißt, ist besiegt. Dann haben wir diesen, hat nur noch einen, ist besiegt. Doch als dieser besiegt worden ist, wird jetzt die Fähigkeit Decoy 2 aktiviert. Was heißt, es kommt jetzt an die Stelle, wo er gestorben ist, ein Köder mit entsprechenden Lebenspunkten. Und solange ein Köder da ist, können wir nur ihn als Ziel wählen. Wenn es das einzigste Ziel ist, was nur noch auf dem Schlachtfeld ist, dann ist es egal, dann endet der Kampf dennoch. Denn jetzt kommt natürlich noch hier auch noch eins durch die Erschöpfung drauf. Und unser Tyrann bekommt natürlich auch noch eins durch die Erschöpfung. Dann nehmen wir noch alle Würfel weg, die wir nicht mehr brauchen. Es sind nämlich nur noch diese beiden da. Und jetzt ist natürlich hier dieser kleine Bursche dran. Gifteffekt direkt drauf. Zwei Lebenspunkte weg. Und damit haben wir alle Bettys besiegt. Diesen Köder, weil der letzte ist, können wir komplett ignorieren. Ja, liebe Freunde, so kann es manchmal gehen. Überhaupt nicht kalkuliert, dass ich diesen Endkampf gewinnen kann. Ich hatte mir am Anfang überhaupt keine Chance ausgerechnet. Doch diese Fähigkeit, wie ich schon während des Spiels erkannt habe, ist wahnsinnig mächtig. Und ich finde sie tatsächlich overpowered. Zumal man halt mit diesen selbst erstellten Tyrannen sehr oft mit vielen Würfeln wird. Man hat ja keine Dexterity. Alles, was hier eingeloggt ist, kann man werfen. Und die Chance, da Bones zu werfen, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn euch so ein Tyrann vielleicht noch mit mächtigeren Werten entgegensteht, als das, was hier mein Merle hat und noch diese Fähigkeit drin hat, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden. Dennoch, es hat geklappt. Wir haben Nobulus beeindrucken können. Wir haben seinen Protodrachen besiegt. Und jetzt wird er Merle natürlich in die Welt von Delor hinausschicken. Und vielleicht taucht er bei dem einen oder anderen von euch mal auf dem Spielfeld auf. Ihr habt hier die Werte. Schreibt sie euch einfach ab. Und dann dreht ihr doch mal in einem Spiel Too Many Bones gegen Merle an. Und erzählt mir doch am Ende mal, wie es gelaufen ist. Doch zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung zu diesem Modus des Nobulus Apprenticeship Programms. Klar, es ist nicht das normale Too Many Bones. Man hat hier ein komplett anderes Spiel. Es hat Elemente von Too Many Bones. Aber es ist tatsächlich was komplett Neues. Was aber cool ist, dass man halt etwas erschafft. Man die Möglichkeit hat, während des Spiels es zu testen. Und dann tatsächlich in das normale Too Many Bones zu integrieren. Und dann einfach mal gucken, wie würden denn Gearlocks mit so einem Tyralen umgehen. Und diese Möglichkeit finde ich halt sehr, sehr cool. Jetzt sagt natürlich der ein oder andere, na, dann nehme ich doch lieber den anderen Modus. Mit Build a Tyrant, dann werde ich ja auch einen Tyrannin erschaffen während des Spiels. Und dann habe ich die ganze Zeit eine ganz normale Too Many Bones Partie. Das ist in dem Sinne korrekt. Nur in dieser Partie, wenn ihr Build a Tyrant macht. Und das werden wir auf alle Fälle hier als Playtour auch noch auf dem Kanal haben. Das habe ich auf alle Fälle noch vor. Dann wird das Ziel anders sein. Denn wenn ihr einen Tyrannin dann während des Spiels erschafft, ist eigentlich euer Bestreben, den schwach werden zu lassen, damit ihr ihn am Ende auch besiegen könnt. Hier geht es genau ins Gegenteil. Ihr macht den mächtigsten Tyrannin, den es irgendwo gibt. Und wenn ihr gegen diesen antretet, wird das garantiert schwieriger sein, als wenn ihr gegen einen Tyrannin antretet aus Build a Tyrant. Ich finde es jedenfalls eine coole Idee, dass wenn einem dann mal langweilig geworden ist mit den Standard-Tyrannen, obwohl jetzt Too Many Bones da relativ viel Auswahl hat, auch mit Splice und Dice, kamen ja wieder neue Tyrannen hinzu, sodass das Ganze natürlich von der Variabilität relativ enorm ist. Aber die Option zu haben, finde ich eine sehr coole Idee. Der eine nutzt es, der andere nicht. Ist natürlich Geschmackssache. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter. Abonniert den Kanal. Das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu. Euer Genu.